Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast, Simon Janz, 25 Jahre aus Ulm. Ich gebe euch kurz ein paar Informationen zu Simon, bevor ich ihm auch die Möglichkeit gebe, sich nochmal selbst vorzustellen. Simon hat damals auch bei Illertisten gespielt, heute bei Steig, hat einen Bachelor und Master in BWL gemacht mit dem Schwerpunkt Finanzen. Also sehr, sehr spannend für uns heute ist, dass er auch zertifizierter Sport-Mental-Coach ist, als Fußball-Manager, Inhaber der B-Lizenz und sogar auch der DFB-Junioren-Elite-Lizenz. Also sehr, sehr spannend. Er ist im Moment auch Trainer beim SSV Ulm im Jugendbereich, schon seit mehreren Jahren. Und was auch super spannend ist, er hat Rising Pro und Soccer Kinetics gegründet. Und ja, was das genau ist, da gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf ein. Aber erstmal herzlich willkommen, dass du da bist, Simon. Und freut mich, dass das Interview zustande kommt. Ja, Servus an alle. Freut mich auch mega. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir heute alles quatschen. Und bin natürlich auch gespannt, was mich erwartet, auch was du erzählst, vielleicht noch ein bisschen Einblick gibst, weil ich kenne ja dein Business auch noch nicht so ganz genau. Ich weiß nur, dass du jetzt auch die ersten Coaching-Kunden übernommen hast. Und wir hoffen nicht auf ein cooles Gespräch und viele neue Eindrücke. Ja, sehr cool. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen zu dir gesagt, aber wenn ich noch was vergessen habe, kannst du ja gerne kurz nochmal ein paar Worte zu dir sagen, wie du auch damals so zum Fußball gekommen bist und ja, so eine kleine Hintergrundgeschichte noch zu dir geben. Puh, also Fußball und ich lange die Geschichte eigentlich. Ich kicke schon seit den Bambinis im Prinzip, seit man Fußball spielen kann und denken kann, so gesehen. Und habe jetzt auch mein ganzes Leben lang bis diese Saison gespielt selber. Stand in der Jugend oftmals vor der Entscheidung, ob ich von meinem Heimatverein, wo meine ganzen Kumpels aufgespielt haben, Höhe wechseln in einem leistungsorientierten Rennverein und habe mich damals aber immer, ja, aus den verschiedensten Gründen, das kennst du vielleicht selbst, ja, hier, ich will mit meinen Kumpels spielen und das und das ist mir wichtiger. Und insgeheimen, das weiß ich jetzt auch so im Nachhinein, war das irgendwie einfach nur die Angst vor der Veränderung, vor dem Neuen, was mich da ein bisschen zurückgehalten hat, wodurch ich dann aber trotzdem noch sehr, sehr schöne Jahre natürlich hatte, auch in meinem Heimatverein und habe dann aber zu den Aktiven hin entschieden, dass ich jetzt den Schritt wagen will und habe dann auch zum FVL-Tissen gewechselt, wie du schon gesagt hast. Ich habe da eineinhalb Jahre auch gespielt in der Landetliga Bayern und bin dann aber studienbedingt nach Magdeburg gegangen, um dort mein Masterstudium zu machen und musste dann halt die Entscheidung treffen, was mir wichtiger ist und logischerweise geht da für mich einfach die Bildung und der Berufsweg voran und deswegen habe ich mich dann so entschieden, da auch einfach meinen Pass wieder in den Heimatverein zu geben, zu sagen, wenn ich hier bin, gerade in Semesterferien, dann spiele ich auch. Oben habe ich mich mit ein bisschen Unisport fit gehalten und auch für Fußball weiterhin begeistert. Und als ich dann wieder zurückkam, so 2017, da habe ich dann nochmal ein Jahr auch gespielt, aktiv. und habe aber parallel dann auch schon eben meine Trainerlaufbahn beim SSV Ulm begonnen, wo ich dann auch das Glück hatte, gleich reinzukommen als Co-Trainer. Und deswegen, ja, ist Fußball eigentlich so seit den letzten zwei, drei Jahren sowohl als Trainer als auch als Spieler sehr präsent. Und jetzt vor dieser Saison habe ich dann aber auch die Entscheidung getroffen, dass ich mich wirklich komplett auf mein Trainerdasein fokussieren will. Und dann auch selber als Fußballer im Prinzip einen Schritt zurückgemacht und habe für diese Saison jetzt auch abgesagt und will da jetzt wirklich als Trainer Vollgas geben. Habe auch eine Liedevizenz gemacht jetzt. Und ja, bin mit Begeisterung nahezu jeden Tag auf dem Trainingplatz und arbeite gerne mit meinen 15 Jungs beim SSV Ulm. Wahnsinn, was du in dem Alter für Fortschritte siehst, innerhalb von wenigen Wochen auch, wenn du neue Gebiete erarbeitest. Und ja, deswegen, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und da bin ich mit Leidenschaft dabei. Und auch selber natürlich noch sehr viel dazulernen jeden Tag. Und deswegen ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung auch gewesen. Und da stehe ich voll dahinter und klicke da. Ja, sehr cool. Ich glaube, die Leidenschaft teilen wir auf jeden Fall. Und sehr spannend auch, was du gesagt hast von damals, dass du dir so rückblickend so ein bisschen erzählt oder ein bisschen erkannt hast, was dir da vielleicht manchmal so, was dich ein bisschen daran gehindert hat, nochmal höher zu spielen. Ich glaube, solche Erfahrungen, ich meine, du kennst das ja bestimmt bei mir auch schon, so ein bisschen solche rückblickenden Erkenntnisse hatte ich ja auch und versuche die natürlich jetzt auch weiterzugeben. Deshalb finde ich es super, dass du da dem Sport und dem Fußball treu geblieben bist und die Erfahrung jetzt weitergibst und jungen Fußballern hilfst. Und das, was du gesagt hast, kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube, gerade auch das Alter, 13, 14, 15, 16, ist so das Lernalter, hat mein Papa immer gesagt. Und da kann man eben so viele positive Veränderungen noch erzeugen, besonders im Technikbereich. Und dafür hast du ja zum Beispiel auch das Soccer Kinetics Programm entworfen und auch das Rising Pro Programm. Kannst du darüber so ein bisschen nochmal was erzählen? Weil ich glaube, beide Projekte, ich habe mir beides ja auch angeguckt, sind sehr, sehr spannend und helfen einfach Fußballern nochmal, ihre Leistung zu steigern. Deshalb kannst du auch darüber nochmal gerne ein bisschen erzählen. Ja, also der Gedanke, das Ganze zu gründen, kam eigentlich genau aus dieser Situation raus, was ich vorhin geschildert habe, nämlich diese Selbstzweifel damals auch in meiner Jugend, wo denn die Reise hingeht. Und jetzt rückblickend natürlich denkt man sich, hey, wie bescheuert kann ich eigentlich sein. Warum habe ich damals nicht zumindest mal ausprobiert, in einen anderen Verein auch zu wechseln? Und ja, damit habe ich mir eigentlich selber so die Chance genommen, im Fußball dann wirklich auch weiterzukommen. Und letztendlich wollte ich dann dieses Wissen rund um das ganze Thema, was ich mir dann in dem Zug auch angeeignet habe, weil ich einfach die Motivation hatte zu sagen, hey, ich will Fußballern, die vielleicht genau vor der Entscheidung auch stehen, die 14, 15, auch 13 Jahre alt sind und genau mit solchen Zweifeln kämpfen oder auch schon den Schritt gewagt haben, aber sich jetzt in anderen Bereichen noch weiterentwickeln wollen, wie zum Beispiel der Ernährung oder gerade die Optimierung von Training. Da möchte ich einfach mit meinem Wissen unterstützen und habe dahingehend dann Rise & Grow gegründet auch, was ja die Wissensplattform für die Bereiche Training, Ernährung und Mindset werden soll. Das sind so die drei Bereiche, wo ich halt ganz klar sage, das ist das Entscheidende. Es zählt nicht nur auf dem Platz, sondern Fußball ist wie ein Puzzle eigentlich und es müssen ganz, ganz viele Puzzleteile da stimmen auch, damit die Leistung und der Erfolg sich letztendlich dann auch zuverlässig einstellt. Und deswegen ist die Philosophie der Plattform, gemeinsam mit anderen Experten, dann dieses Wissen auch bereitzustellen. Also nicht zu sagen, jetzt ich bin derjenige, der sich top auskennt mit Ernährung, der im Trainingsbereich alles heißt, sondern eher der Vermittler zu sein für die Plattform, damit dann Experten aus dem Bereich Training, zum Beispiel arbeite ich da jetzt sehr erfolgreich, mit der Heidi Javusch zusammen, Ernährungswissenschaftlerin, die dann dieses Wissen im Bereich Ernährung liefert, weil wir wissen alle, dass eine Person nicht alles wissen kann und ich glaube, das maßt sich auch niemand an, zumindest wir beide nicht. Und von dem her macht es einfach Sinn, da Experten mit dazu zu nehmen und die Feedbacks sind sehr positiv. Wir sind dann auch in dem Projekt auf den Platz gegangen, also nicht nur online, sondern bieten mittlerweile auch Individualcoachings in Ulm an, wo wir dann Athleten tatsächlich auch im Bereich Training betreuen und haben jetzt auch seit 2019, seit 2020 ein eigenes Mentoring-Programm, wo wir dann Spieler, die wirklich sagen, ich will jetzt richtig Gas geben und will alles aus mir rausholen, wo wir dann die Bereiche Training, Ernährung und Mindset individuell für diesen Spieler planen und umsetzen. Also man muss sich das praktisch so vorstellen, dass wir uns dann zusammensetzen, je nach Alter eben mit dem Spieler oder auch mit dem Elternteil dann und dann besprechen, hey, wie sind die Ressourcen, wo hast du Mannschaftstraining, der trainiert zum Beispiel Dienstag, Donnerstag hat er Mannschaftstraining und vielleicht noch Montags. Dann sagen wir, okay, dann macht es vielleicht von der Trainingssteuer auch Sinn, dass wir einfach Freitags, wenn du zum Beispiel Sonntags ein Spiel habt, dass wir dann Freitags noch ein Individualtraining mit einbauen und außerdem im zweifeligen Rhythmus zum Beispiel Mentalcoaching und einmal im Monat ein Ernährungscoaching bei der Heiding. Cool. Und das hat quasi so seinen kompletten Trainingsplan für die drei Bereiche und wir gucken dann als Mentoren und Koordinatoren eben darüber, dass er dann sein Training optimal steuert und natürlich auch gleichzeitig hier in der Brünne weiterkommt und was das Thema an der Umhandlung und da haben wir zwei Themen drin. Wir nehmen maximal auch drei nur auf, weil wir sagen, nur so können wir dann auch die Qualität gewährleisten in dem kleinen Rahmen und die zwei Athleten sind total begeistert, die Eltern auch und das ist eigentlich das Coolste daran, wenn man dann einfach merkt, wie das bei jemandem zieht, was der für Erfolge macht und ja, was man da auch für einen Mehrwert schaffen kann. Sehr schön, ja. Das ist Rising Pro und ja, macht einfach ultra viel Spaß da auf dem Platz auch mit uns zu arbeiten und die Mädels, sie haben auch zwei Mädels und deswegen hat sich daraus dann auch eigentlich aus so einer Geschichte, wo, ja, wo ich dann einen Experten gesucht habe für Rising Pro, nämlich für den Bereich Training, habe ich mich dann damals mit dem Alex Knöckle zusammengesetzt. Alex Knöckle ist ausgebildeter Live-Kinetik-Trainer und mittlerweile auch Neuroathletik-Trainer und hat dann, ja, so in einer Stunde eigentlich über das Thema Koordinationstraining, Kognitionstraining, visuellem Training philosophiert und ursprünglich war eigentlich nur ein Wissenspaket für Rising Pro geplant und mittlerweile ist daraus aber Socker Kinetics entstanden, weil wir einfach beide erfahren haben, das Ding ist viel, viel größer als ein Blogbeitrag und ein paar Videos dazu und Socker Kinetics ist eine Trainingsplattform, wo wir quasi die Philosophie haben, dass wir herkömmliches Training, also man stellt sich vor, zwei Spieler passen sich den Ball zu, eben mit kognitiven, koordinativen und oder visuellen Elementen verknüpfen. Also das heißt, wir nehmen dann zum Beispiel zu dieser herkömmlichen Passform ein koordinatives Element hinzu, indem der jetzt zum Beispiel seinen zweiten Ball, den er in der Hand hat, parallel dazu noch hochwerfen muss und wieder fangen muss. Wir nehmen ein kognitives Element hinzu, indem beide Passende bei jedem Pass eine Zahlenreihe hochzählen. Also beim ersten Pass drei, sechs, neun, zwölf, dann vielleicht mit komplizierteren Zahlenreihen, etc. Wir nehmen ein visuelles Element hinzu, in dem dann zusätzlich noch eine Augenklappe aufgesetzt wird, um einfach auch die Wahrnehmung und das räumliche Sehnen mitzutrainieren. Also da geht es einfach darum, herkömmliche Technikübungen mit diesen drei Dimensionen zu verknüpfen und da haben wir jetzt mittlerweile über 180 Trainingsvideos verkündet auch, die dann eben diese Bereiche ansprechen, diese Formel auch abdecken und verkaufen die mittlerweile an ambitionierte Fußballer und deren Eltern auch über unser Soccer Kinetics Trainingspaket, wo du dann eben den Zugang sichern kannst zu all den Videos plus Downloadmaterialien und haben da mittlerweile auch schon über 1000 Trainierende, die sich das Paket auch schon gesichert haben und die da teilweise natürlich, ist natürlich immer so eine Sache, wie bleibst du dran, wie setzt du es um, aber wir haben da mittlerweile echt eine coole kleine Community auch geschaffen, die das begeistert umsetzen und da auch sehr teure Rückmeldungen und die Tipps geben. Sehr cool. Ja, super. Also finde ich echt geil und ich fand auch das Bild, Fußball ist wie ein Puzzle sehr, sehr gut, weil, ja, es sind wirklich sehr, sehr viele Bereiche, man sieht immer so die Leistung am Platz, ich denke mir das manchmal, das ist wie ein Eisberg, man sieht oben die Leistung auf dem Platz und unten drunter, dass das alles dazugehört, um die Leistung zu bringen, ja, das sieht man einfach nicht, das sind genauso Dinge, wie, was du jetzt auch angesprochen hast, wenn du mal so deine Arbeit mit den ganzen Jungs und auch deine Vereinstätigkeit und dein Training beim SSV Ulm so bedenkst, was ist so ein oder zwei Punkte, mit denen, ja, ich sage schon mal, die die meisten Leistungssteigerungen auch noch erzielen lassen oder wo die meisten Spiele auch in gewisser Weise Probleme haben, wo sie mehr trainieren sollten? Also ich will es mal gerade auch bei den drei Bereichen vielleicht behalten, also dass wir da einmal den Bereich Mindset, einmal den Bereich Training und Ernährung anschauen, weil alle drei Bereiche, wie gesagt, nicht sehr wichtig sind. Im Bereich Ernährung ist es für mich ganz klar die Basisernährung, also viele Sportler machen meines Erachtens nach den Fehler, dass sie viel zu schnell an die Spitze des Eisbergs für mich in dem Fall gucken und sagen, hey, wie kann ich noch Proteine supplementieren oder ich habe viel zu wenig Eiweiß, ich gehe noch zweimal in der Woche ins Fitness, ich muss Eiweißshakes trinken und dabei konzentrieren sie sich viel zu arg auf diese Supplementierung und vergessen dabei aber, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass ich am Tag genug Wasser trinke, dass ich viel Kohlenhydrate über natürliche Lebensmittel esse, viel Proteine, viel Albeise und erst wenn die Basisernährung stimmt und ich da wirklich gut optimiert habe und auch bewusst mich ernähre, dann kann ich über so Supplementierungsthemen nachdenken und da haben die meisten einfach gerade im Bereich Trinken finde ich noch den meisten Nachholbedarf, die einfach zu wenig Wasser trinken oder überhaupt kein Wasser trinken, weil sie den ganzen Tag irgendwelche Süßgetränke oder sonstiges trinken und da würde ich jedem empfehlen wirklich darauf zu achten das Trinkverhalten komplett auf Wasser umzustellen außer du hast sehr hohe Belastungen dann würde ich dir dünne Saftschorren empfehlen Garnisbeer schorren Apfelsschorren und ansonsten wie gesagt in der Basisernährung komplett auf Wasser gehen und die ganzen Süßgetränke etc. Also das wäre so Tipp 1 aus dem Bereich Ernährung der auch sehr einfach umsetzbar ist zum Beispiel mit so einem Quick-Tipp einfach eine Wasserflasche hier ständig neben sich zu stellen dann vergisst du es niemals zu trinken weil die steht da die ganze Zeit und immer in der kurzen Pause wenn du jetzt arbeitest oder in der Schule wie auch immer dann trinkst du das Wasser oder die Flasche allein schon dadurch kannst du deine Leistungsfähigkeit einfach so krass steigern mit einem einfachen Check Sehr cool im Bereich Training hattest du ja auch eben gesagt sag ich mal dieses mit verschiedenen Kanälen trainieren dass verschiedene Elemente noch hinzufügen was ist so ein Tipp im Bereich Mindset also in dem letzten Bereich von den drei jetzt die du angesprochen hast im Mindset schwöre ich persönlich auf das Erfolgsjournal ich gehe jeden Abend nochmal meinen Tag durch und schreibe mir an Nicht-Trainings-Tagen einfach mein Tages-Highlight auf was ist mir heute gefahren das kann alles mögliche sein das kann sein mein Kollegen ist heute ausgerutscht und hat es irgendwie keine Ahnung zum Glück glimpflich ausgegangen auf die Schnauze gelegt das kann sein keine Ahnung ich habe wenn ich jetzt leidenschaftlich auf FIFA-Zocker bin und am Tag zwei Partien spielen ich habe heute ein geiles Tor gemacht das kann alles mögliche sein was dir einfach im Alltag überfährt und an Trainingstagen natürlich dann einfach deine ein, zwei Erfolgserlebnisse im Spiel und im Training einfach festzuhalten hat zwei positive Effekte zum einen du lernst im Spiel selber schon positive Aktionen stärker wahrzunehmen weil du das einfach mehr präsent hast und du dann denkst ach das kann ich nachher dann vielleicht für mein Journal auch verwenden und diese positiven Aktionen stärker wahrzunehmen ist das Entscheidende um dich im Spiel selber auch zu pushen weil ganz viele Spieler nehmen da einfach nur die negativen Dinge wahr ganz oft wenn ich meine Spieler frage nach dem Spiel hey was ist dir vom Wochenende in meinem Kopf geblieben die Tourshows habe ich vergeben und da habe ich einen Zweifel verloren und was ist dir Positives im Kopf geblieben keine Ahnung also die Gewichtung von mir ist einfach von Grund auf bei uns viel viel zu stark im Kopf verantwortet und da das positive Präsente sich reinzuholen lernt im Spiel auch ist so der erste große positive Effekt daraus und das zweite ist einfach dass du auch dann lernst zu Hause nochmal ja bewusst einfach deinen Tag zu reflektieren was dir gerade in Downphasen einfach unglaublich viel bringt weil gerade wenn du jetzt eine Verletzung hast und einfach ja negative Gedanken dazu hast dann das Erfolgsjournal rauszuholen zu gucken hey was habe ich eigentlich Tag zu Tag jetzt die vergangenen Monate geleistet das ist echt toll damit machen auch meine Athleten sehr gute Erfahrungen also das ist so der Tipp für mich im Bereich Mindset weil für mich geht es immer um einfache Umsetzbarkeit das ist gleich wie gerade auch bei Ernährung wenn ich anfange irgendwie komplizierte Ernährungspläne aufzusetzen und zum Zeug wo ich mich jeden Tag dazu zwingen muss das zu machen halte ich persönlich gar nichts davon weil entweder du implementierst es in deinem Alltag und es läuft wie Zähneputzen oder du lässt es bleiben weil alles andere machst du vielleicht mal irgendwie über zwei Monate oder so und dann denkst du also ich stehe einfach total auf so einfache Hacks wie mit der Wasserflasche wie mit dem Erfolgsjournal was dich irgendwie eine Minute oder fünf Minuten am Tag kostet die jeder hat und die aber sehr große Effekte haben da stehe ich total das sind immer die Tipps die ich auch meinen Jungs und meinen Trainierenden in der Rising Pro Academy auflösen cool ja also dazu das kann ich auch nur bestätigen und ich wünschte ich hätte das mit dem Erfolgsjournal oder in Amerika mit dem Successjournal gesagt ich wünschte ich hätte das früher gemacht weil ich war genau so ein Spieler ich habe ein super Spiel gemacht aber habe dann keine Ahnung ein Tor nicht gemacht oder drei Fehlpässe gespielt und nach dem Spiel hatte ich nur das im Kopf und ich habe ich habe nie den Fokus so auf das Positive gelegt auf der einen Seite sage ich das hat mich auch in gewisser Weise dahin gebracht wo ich war weil ich immer gesagt habe okay was kann ich besser machen ich bin halt so ein selbstkritischer Mensch habe gesagt okay da in der Situation hätte ich noch das verbessern können und habe mich immer an höhere Standards so herangetastet ich glaube das ist auf der einen Seite wichtig auf der anderen Seite weiß ich genau dass mich das auch abgehalten hat weil ich nie deshalb dieses Selbstvertrauen hatte wo ich sagen konnte hey guck mal was ich schon alles gemacht habe guck mal wo ich schon gespielt habe was ich für Tore geschossen habe oder ja auch so einfaches sehen in der Schule was ich für gute Leistungen schon gebracht habe also wie du sagst es geht ja nicht nur im Fußballbereich darum also das hätte mir damals extrem geholfen und seit ich das mache ich habe das dann auch in Amerika angefangen auch regelmäßig Journals zu führen und ja das war für mich auch so ein wirklicher Game Changer also da zu sehen hey guck mal was ich bereits alles geleistet habe und auch wir haben also in Amerika haben immer so gesagt integrate your successes also integriere deine Erfolge weil ganz oft geben wir uns gar keinen ja sind wir gar nicht stolz darauf was wir schon alles geleistet haben und schauen nur darauf was nicht so gut läuft also wie du sagst und das kann ich nur wirklich auch jedem empfehlen ja diese einfache Aktivität fünf maximal vielleicht zehn Minuten am Tag zu machen das hat einen Rieseneffekt also sehr sehr guter Tipp ja vielen vielen Dank dafür wenn du jetzt nochmal so zurückblickst auf deine Karriere was ist so ein Tipp den du vielleicht so gerne früher gewusst hättest also neben dem den du jetzt auch schon so gesagt hättest ähm Tipp von früher boah Tipp wo ich wo ich früher nicht gebrauchen können Rud also für mich ist es auch wirklich tatsächlich dieses Mindset Thema weil ich glaube das ist mittlerweile auch so ein ja so ein Thema was immer mehr kommt zwar aber wo die meisten Leute einfach noch total Hemmungen haben sich damit zu beschäftigen glücklicherweise kommt es mehr ich hatte das Gefühl das war zu meiner Zeit zu meiner Zeit das war vielleicht vor zehn Jahren wir sind ja auch beide noch relativ jung aber da war das noch überhaupt kein Thema ähm auch sich damit zu beschäftigen irgendwie zumindest habe ich so wahrgenommen damals in meinem Teil und ähm es ist für mich wirklich dieses Selbstvertrauensthema was womit ich mich auch viel beschäftige und mittlerweile und was mir damals einfach extrem geholfen hätte weil ähm letzten Endes wird auch wenn es eine Schlossel ist Fußball im Kopf entschieden das ist einfach so ähm das muss man einfach immer wieder sich auch vor Augen führen und gerade zu Themen Erfolgsjournal und worauf ich auch schwöre ist innertexting das ist für mich ähm auch jetzt ein Game Changer gewesen das ist so das Ding was ich hätte früher gerne gehabt nämlich die Möglichkeit gewisse Gedanken die ich in Aktionen habe und die ich auch da vergnüge ähm zu steuern und das funktioniert tatsächlich und das ist finde ich eine der faszinierendsten Erkenntnisse die ich so in der Ausbildung auch zum ähm Mentaltrainer hatte und äh mittlerweile auch ich nutze selber auch noch im Coaching also bin selber auch bei einem Mentalcoach aktuell äh mit dem ich das auch sehr erfolgreich treibt also ähm die Möglichkeit ganz kurz wer sich damit noch nie beschäftigt kann ähm es gibt eine Möglichkeit oder eine einfache Trainingsmethode wie ich angenommen zum Beispiel ich verknüpfe jetzt mit dem Fehlpass folgende Gedanken ach shit schon wieder Fehlpass ähm das war jetzt heute schon der dritte mein Coach schreit schon rein ähm was ist wenn der mich gleich auswechselt was denken die Zuschauer etc das sind so typische Gedanken wo du vielleicht hast wenn du Fehlpass spielst oder schon den zweiten oder dritten und durch das Innertexting hast du einfach die Möglichkeit dein komplettes Denken wenn eine gewisse Handlung ausgeführt oder passiert ist zu ändern also über Training im Prinzip dein Unterbewusstsein so zu steuern dass dann plötzlich wie in einem wie in einem Theaterstück einfach ein ganz anderer Text in deinem Kopf auftaucht also zum Beispiel sowas wie ähm ey ich beweise es Woche für Woche im Training dass ich genau diesen Pass spielen kann ich suche jetzt aktiv die nächste Situation und spiele diesen Pass da auch durch zwei ganz andere Texte die in dem Kopf ablaufen der eine Text wird dich sehr runterziehen du wirst den nächsten Pass wahrscheinlich nicht gut spielen und der zweite Text erhöht die Wahrscheinlichkeit dass du den nächsten Pass mit breiter Brust spielst ähm extrem sehr wichtiger Tipp ja das ist für mich äh ein brutaler Game Changer gewesen den ich auch meinen Athleten alle im Mental Coaching mitgebe und den ich auch eben der jetzt dazu äh mitgeben möchte sich mal damit zu befassen entweder dann natürlich bei dir jetzt im Coaching ähm du wirst die Technik sicherlich auch kennen ähm oder dann wie auch immer man kann sich ja Dinge auch mittlerweile selber gut aneignen ähm oder bei mir im Coaching äh geht auf Inner Texting beschäftigt euch mit euren Gedanken ähm die in gewissen Situationen auftreten und versucht die zu ändern sehr sehr wertvoll und kann dich extrem weiterbringen sehr guter Tipp also ja super was du eben auch gesagt hast ähm dass leider noch zu selten so an solchen Themen gearbeitet wird was glaubst du warum das trotzdem noch der Fall ist obwohl in anderen Sportarten zum Beispiel also ich bin auch im Moment in ähm Mentoring Programm von einem Sportmental Coach also ich bild mich da auch ständig weiter und er kommt zum Beispiel aus dem Hockey-Bereich hat aber auch viele Tennisspieler und sagt halt dass es vor allen Dingen im Tennis schon viel viel weiter fortgeschritten ist was glaubst du warum ja dieses ganze Mindset-Thema die mentale Stärke mentales Training im Fußball noch nicht so fortgeschritten ist schwierige Frage ähm ich also jetzt in Abgrenzung zum Tennis ähm kann ich mir so erklären dass da die Differenzierung ist zwischen Einzelsport und Teamsport weil du halt im Tennis natürlich komplett auf dich selbst angewiesen bist und in dem Moment wo du da versagst äh ist das Spiel verloren komplett diese die Möglichkeit hast du im Fußball natürlich zumindest nicht in dieser extremen Form weil du natürlich noch zehn andere Spiele auf dem Platz hast ähm und der Trainer dich zur Not auch auswechseln kann also diese dieses mentale Versagen kommt da gar nicht so extrem zum Tragen und kann halt eher kaschiert werden indem du dann als Spieler einfach selber noch mitspielst bis das Spiel hat die Zeit abgelaufen ist oder äh dich auswechseln lässt wie auch immer also da besteht einfach im Einzelsport natürlich noch mal eine andere Dringlichkeit ähm und ich habe natürlich im Einzelsport auch eher noch den Zugang dadurch dass ich mich nur mit mir selber beschäftige auch vielleicht zu zu solchen Ressourcen wie zum Beispiel Mentaltrainer also ich glaube dass einfach Athleten die in einem Teamsport sind sehr viel auf ihr Vereinsumfeld vertrauen und da einfach sagen hey das was wir da erarbeiten die Trainings die wir da haben die sind gut da entwickle ich und weiter aber vielleicht gar nicht so sehr die Notwendigkeit sehen oft über den Tellerrand rauszuschauen und sich zu denken hey was kann ich denn für mich noch machen abseits vom Mannschaftstraining ähm und äh dann gereift mittlerweile immer mehr auch durch das Internet ich kann mir äh mittlerweile zig YouTube Videos angucken zu allen möglichen Themen und die zu Hause umsetzen das war natürlich früher in der Form auch nicht möglich aber ich glaube dass das so ein Grund sein könnte warum es einfach im Fußball lange nicht das Thema war und ich glaube das andere ist schon auch ein Stück weit dass die Fußballer ja da einfach auch anders gepult sind die sind ähm einfach etwas äh engstürmiger ich merke das auch einfach immer wieder wie offen mittlerweile auch trotzdem noch junge Athleten oder verschlossen auch junge Athleten sind ähm im Bereich mentalen Training ähm die sagen halt immer okay aber was was ich will auf den Platz was kann ich auf den Platz können wir nicht auf den Platz trainieren also die haben das ist einfach so stark verankert dass Fußballtraining auf dem Platz stattfinden muss und das ist ja im Grunde auch richtig also aber ähm da ist glaube ich einfach das Mindset vom Fußballer dieses immer auf dem Platz immer trainieren das ist stark verankert ähm dass du das erstmal ein Stück weit aufbrechen musst um auch tatsächlich den Zugang zu kriegen weil eines ist auch klar Mentaltraining funktioniert natürlich nur ähm wenn der Athlet selber davon überzeugt ist das ist ein bisschen anders wie beim Training auf dem Platz weil da mache ich meine Läufe da beiße ich mich durch und habe den Effekt äh auch wenn ich selber denke Gott was ist jetzt das für eine Kackübung aber das natürlich im mentalen Bereich nicht weil wenn ich in dem Moment wo ich als Athlet nicht überzeugt bin von dem was ich tue und dann glaube dass mir das auch einen Mehrwert bringt habe ich verloren deswegen das ist auch eine ganz wichtige Einsicht man kann Athleten auf mentale Trainingsübungen oder Mentaltraining im Allgemeinen nicht aufzwingen also man festigt sich einfach die Erkenntnis hey dann ist die Übung nichts für dich oder dann ist das ganze Thema nichts für dich also es gibt einfach gewisse Charaktere da funktioniert das sehr sehr gut und es gibt gewisse Grundzüge oder gewisse Überzeugungen von Menschen wo es dann nicht funktioniert wo man dann einfach noch tiefer gehen muss da ist dann zum Beispiel in den Glaubenssätzen einfach was verankert wo das Thema Mentaltraining total blockiert und da muss man dann erstmal tiefer gehen und an diesem Thema auch dann arbeiten um dann natürlich auch mit Mentaltraining in der Fall zu machen sehr gute Antwort da kann ich auch nur bestätigen beides und was ich auch ganz oft sehe ist halt auch so diese Einstellung gegenüber mentalem Training als ob das was ist wo man ein Problem lösen müsste also ganz oft wird gar nicht erkannt dass es eigentlich zur Leistungssteigerung oder Leistungsoptimierung sehr sehr wichtig ist ich sage auch immer so Fußball basiert auf vier Säulen das ist das Fußballerische klar das wird am Platz trainiert das die Fitness die Athletik die wird auch im Fitnessstudio trainiert oder durch die Läufe dann so die taktische Ausbildung oder das Spielverständnis und auch das Umfeld in gewisser Weise was die Spreekt und ganz unten drunter das Fundament unter diesen vier Säulen ist für mich und du hast es eben auch gesagt der Kopf also der Fußball wird im Kopf entschieden so blöd das klingt aber die anderen Säulen wirst du nur ganz oder viel besser weiterentwickeln können wenn du halt auch so die richtige Einstellung hast das richtige Mindset die richtige Motivation und das sind alles Dinge die sich auch hier oben abspielen und ich glaube deshalb ja es ist sehr sehr wichtig und deshalb ist es auch so so schön was du da mit Rising Crow machst oder auch mit Soccer Kinetics was jungen Spielern einfach da hilft dabei das nächste Level zu erreichen also vielen vielen Dank für deinen Input so als Abschluss jetzt nochmal wenn Spieler jetzt sagen hey ich würde gerne mehr darüber erfahren was Simon macht was ihr bei Rising Crow macht oder Soccer Kinetics wo können die die Spieler dich finden oder wo bist du am besten so auffindbar im Internet also klar zum einen natürlich über die Websites des jeweiligen Projekts also bei Rising Crow.de oder Soccer Kinetics.de sind dann auch die ganzen Infos drauf die man zu dem jeweiligen Schwerpunkt dann auch haben möchte bei Rising Crow haben wir extrem viel Wissen auch frei zugänglich zu allen drei Bereichen die ganzen Wissenspakete von unterschiedlichen Experten auch beschrieben und da würde ich jedem empfehlen einfach mal drauf zu gucken gerade im Bereich Ernährung diese Quick-Tipps die wir vorhin kurz angerissen haben mit der Flasche und solche Dinge das sind einfach Sachen die extrem schnell extrem viel Mehrwert liefern können dann natürlich auch auf Social Media haut mich einfach an schreibt eine private Nachricht gerne auch es ist auch eine angenehme Größe gerade was beide Projekte angeht das heißt wir beantworten oder ich beantworten jede Nachricht auch selber noch und bin da gern bereit auch jeden zu unterstützen der Fragen hat also von dem her immer raus damit fleißig fleißig nachfragen wer fragt der führt deswegen ist es ganz da einfach dran zu bleiben und ich bedanke mich auch bei dir Julius für das tolle Interview und ich glaube wir bleiben auch noch in sehr gutem Kontakt und können uns da weiterhin gut austauschen von dem her wünsche ich natürlich auch dir weiterhin da viel Erfolg und freue mich schon wenn wir uns nächstes Mal haben ja auf jeden Fall vielen vielen Dank und eine Sache wollte ich noch sagen weil ich habe auf deiner Website einen Satz gelesen den ich super fand auch diesen werde der Beste der du sein kannst willst du da zum Abschluss nochmal einfach ein, zwei Satze zu sagen was du genau damit meinst und wie das die jungen Spieler nutzen können ja also das ist für mich der absolut prägende Satz weil mich ganz viele immer fragen hey wie kann ich so gut werden wie der wie kann ich so gut werden wie der das ist überhaupt nicht das Wichtige weil jeder Mensch ist unterschiedlich jeder Mensch ist einzigartig und da einfach die beste Version von dir selbst zu werden und das Maximale rauszuholen ist glaube ich das was dich am Ende glücklich macht weil darum geht es dass du am Ende hinstehen kannst und sagen kannst hey ich bin mit meinem Lebensweg so zufrieden ich habe das alles hat mich so geprägt dass ich jetzt ein glücklicher Mensch bin und ich glaube das schaffst du indem du alles aus dir selbst rausholst und das ist die Genugtuung die meiner Meinung nach jedem Menschen völlig ausreicht um ein glückliches Leben zu können damit das Wissen dass ich alles aus mir raushol und das Beste gebe um die beste Version von mir selbst zu werden ich glaube das war ein guter Abschluss dabei lasse ich es gehen vielen vielen Dank Simon bis demnächst und ja mach's gut tschau tschau Vielen Dank.